Ob ihr konzentriert seid, ob mir das egal ist, ob du nicht rülpsen sollst in meinen Streamen, ob du das selber machst in deinen, ob du kein Wein trinken sollst, ist ja wohl meine eigene Sache, ob du das auch in anderen tust, das will ich mir jetzt nicht gesagt haben lassen. Ich hab halt keine Cola mehr. Ach, ich find immer die erste Auswahl für die Tradition unglaublich schwierig. Ich hab jetzt Technologie genommen, weil mein zweiter Planet ja schon für Forschungsstationen ziemlich gut ausgelegt ist. Und vor allem wir 10% schneller Technologie erforschen, die wirkt ja nicht auf die Punkte hier oben, die wirkt ja letztendlich hier auf den Forschungstab erst. Dann kommen nämlich hier oben diese 10% mit drauf für den technologischen Aufstieg. Ähm, so wie unsere Leute halt einfallsreich sind, ich glaub, ne stimmt gar nicht, einfallsreich, sondern Fähigkeiten, Fachwissen, Weltraumkunde plus 15%. Ah ne, da ist das hier. Forschungstabschwindigkeit, ja genau, sind die 10% mehr. Construction complete. Ja, aber ist auch egal. Auf jeden Fall. Schwierig immer beim ersten Mal, finde ich. Also ich mein, also ich hätte hier die zwei, die drei Systeme rechts von mir hätte ich gern, dann kannst du gerne den Rest haben. Ich weiß auch nicht, wie viel aus dem es da gibt. Also Farges gebe ich dir, aber alles oben drüber nehme ich selbst. Wie viel ist denn da zu holen oben? Construction complete. Weißt du das denn? Noch nicht. Ob ihr euch abspricht. Dann, äh, wirst du nicht wissen, I guess. Also. Es ist viel Aufwand, das zu holen, weil da ist halt... Aber egal. Also ist da viel zu holen. Wie schon gesagt. Geh da nicht hin. Und wir sind im Frieden. Hi. Ich bin doppelt so groß wie du. Pass mal auf. Heißt ja nix. Ah, Mann. System survey complete. Ich muss einen, den du noch nicht, äh, ungeschlossen hast, äh, forschen. Weißt, was wichtig ist für meine, äh, äh, Adrenaline? Hier, kannst du auch bei mir haben mit einem. Ja, nee, ist klar. Ob du es magst, wie er dich berührt. Ob ich grad zwei andere Reiche entdeckt habe. Nice. Hm, das ist keiner von euch. Na, hörst du wohl auf? Respektiert unsere Autorität. Sonst setzt es was. Ist meins. Ist meine Welt. Hörst du wohl auf. Ich hab ein verlassenes Sterntor. Ich hab zwei Stück. Wolf. Äh, wer, wer spielt Wolf? Weiß ich noch nicht mehr. Construction complete. Der von euch ist Wolf234. Der ist Bene und sorry, wenn wir da vorne nicht so kommen. Oh, die ist der Österreicher. Ja. Ja, ich will, ich will, ich will, ich will Nigiro, nigiri, nigiro haben. Österreich first. Nicht, nur du. Ich krieg Nigiro und das ist aus. Ob ihr euch vielleicht streiten solltet da drum? Na, jetzt kommt mir Top-Kamp um. Ah, hi, Fire King. Ah, Fire Tor. Guten Tag, Lazar. Guten Tag, Madara. Und da bist du. Schönen guten Tag. Das bringen mir jetzt nicht so viel, den abzugraden. Weil nämlich der Bonus von dem Hauptgebäude nur an die angrenzenden Gebäude zählt. Deshalb sollte man eigentlich um das Hauptgebäude rum immer produzierende Betriebe machen und nicht sowas wie jetzt Forschungsstationen. Dann können wir nämlich den Bonus nicht mitnehmen vom Hauptgebäude. Wie das hier nämlich dran steht. Mineralförderung, Nahrungsleistung, Energiecredits, die dran gebaut sind. Und hier habe ich nämlich zum Beispiel vier produzierende Betriebe dran, die dadurch verstärkt werden. Ich habe jetzt eine Weltraumarmöbel unter meinem Kommando mit Namen Bubbles. Oh, du hast dich auch Bubbles genannt. Mit deinem Namen. Aber Bubbles wird leider nicht so stark. Wohl, mit der Zeit schon. Battle ist joint. Ja, mit der Zeit. Anomaly fand. Hm, das könnte er forschen. Yeah, Mineral. Nein. Nein. Hm. Ich muss ihn nochmal upgraden. So, Alter, das ist schon die dritte Stufe 8. Links, ey. Boah. Hallo, Fuchsini. Ja, tut mir leid. Haben um 8 angefangen. Konnte ich noch länger warten auf andere Leute. Ach, Alter. Wie kommt mein Forschungsschiff? Achso. Ach, Kacke. Planetenkolonialisierte. Planetenkolonialisierte. So, dabei, dabei. Wir nehmen die. Dabei, dabei. Da gehen wir nicht, weil ich nur viel Geld habe. Okay, okay. Na, lucky shot. Hallo, hallo. Hallo, Firegate. Ich habe immer noch keinen gefunden. Konstruktion Komplett. Vielleicht will es auch keiner von dir gefunden werden. Hm. Da gehen wir noch zu leise. Ich kann nicht so umstellen. Scientific Breakthrough achieved. Oh, da ist tropische Welt-Kiku. Kaito. Ja, ist ja auch meine Schuld, wenn ich nicht komme. Ja. Richtig. Scheiß Kino. Warum hat es keine Vorstellung um 3 Uhr morgens? Das gesellschaftliche Schuld bei anderen suchen. Unsere Schiffe haben superior gemacht. Richtig. Was soll das? Hallo, Lassar. Hallo, Lucky Shot. Kaito, hast du schon andere entdeckt? Systemsurvey complete. Ich habe ewig erstmal gebraucht, das, um herauszufinden, dass man ein System erst dann outpostet ist. Konstruktion complete. Ja. Bleib weg. Ösi, bleib weg. Ist meins. Der habe ich für die Wikinger, äh, beansprucht. Du musst eine Zeitung zusammenrollen und ihn auf den Kopf hauen. Geht nicht. Nein, Mann. Ah. Du hast schon zu lange, Alter. Voll Kofa. Und zweitens, der auf der linken, auf der rechten Seite war mir ja ziemlich expansionistisch. Warum bist du eigentlich heute so leid? Äh, lau... Mein Gott. Lau... Mein Gott. Das andere Board. Leise, Österreicher. Weil mein Headset auf dem Schoß liegt, weil er ab dem Kopf hauen will. Warum liegt da ein Headset auf dem Schoß? Warum wackelt der Schwanz von meinem Mobs immer so komisch, wenn er sich hinlegt? Ich... Ich... Ich wollte gerade sagen. Das kann. Das kann. Hm? Wie hab ich die denn entdeckt? Wie senke ich mein Piraten-Risiko? Wulf ist... Wulf ist der Österreicher, oder? Wulf ist der Österreicher, oder? Wulf ist der Österreicher. Wulf ist der Österreicher. Wulf ist der Österreicher. Wulf ist der Österreicher. Kann das sein, dass du dich danach nicht nach unten ausbreiten kannst? Ne, kann er nicht. Deswegen hat er bei mir... Ja, hab ich gerade gesehen. Du bist daran schuld. Wo heult ihr jetzt schon rum? Ja. Können wir. Konstruktion Komplett. 10 Mineralien. Schade, dass ich keinen Einfluss mehr hab. Fuck, da hab ich keine Probleme. Er hat das Headset auf dem Schuss, weil er die Katze auf dem Kopf hat. Hä? Ich hab nur vorgelesen. Kaito, wenn du das System holst, dann sind die Einflusskosten doppelt so teuer fast. Nein, klappet aber. Und ich bin eh noch zu weit weg. Okay, das war toll. Ich hätte das schon nicht weggeklaut, also. Na, es ist auch so schön wert, sich zu holen. Na gut, da hättest du eigentlich noch nicht warten können, bis du den davor hattest. Und kann ich mal bitte neue Planeten haben? System Survey complete. System Survey complete. Okay, das war so gut. Danke. System Survey complete. Bitte. Guten Abend, Nobby. ganz nah. Ja, ich glaube noch. Ein natürliches Wurmloch. In dem Akakri, kannst du nicht abriegeln? Dara, ich bin gut in der Forschung im Late-Game, wie das auch nennen? Nö. Hm. Kriegst du nicht, das waren meine Welten. Oh. Das kriegst du sogar nicht stabilisiert. Das sind die Sünden geschlossen. Äh, das ist Standardeinstellung. Ah. Wenn du aufklären möchtest, öffne ich sie für dich. Das ist die Sünden geschlossen. Dann erwarte ich das aber auch von dir. Ja, sicher. Ich wusste nicht, dass es deine Standardeinstellung sind. Das ist die Standardeinstellung der Söhne Lothar. Ah, okay. Treten Sie ein in Barathos Taverne auf Arzeroth. Ah, cool. Ja, wenn ich irgendwann da durchfliege, dann gerne. Ich muss nämlich irgendwann durch dein System, weil da hinten was ist, was ich erforschen muss. ... ... ... ... Na ja, ich weiß. Ich arbeite dran. Hi Lucky, Schatz. Hallo Wolf. Du hast da ein Problem, warum willst du jetzt nicht kolonisieren? Ah ne, der ist unterwegs. System Survey complete. Pling. Pling. Nein. Schwein. Falls manche von euch eine Demokratie sind und ihr euch fragt, warum ihr so wenig Einfluss habt, dann könnt ihr auf die Fraktion klicken. Und wenn ihr ihre Wünsche erfüllt, dann werden sie euch mehr Einfluss geben. Ich hab alle Wünsche von meinen Fraktionen betroffen. Die Konquest von der neuen Welt hat begonnen. Ja, nur falls es Leute gibt, die ... ... Schwierigkeiten haben. System Survey complete. ... Verziehen. Du bist verziehen, dass du diese zwei Welten genommen hast. ... 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 dass du mit Music Unlimited und all so'n Scheiß von YouTube das nutzen kannst. Kaito, immer stückweise ausbreiten. Also die haben nicht connected? Naja, wenn die noch nicht connected sind, dann sind die Einflusskosten größer und die Kolonisationskosten. Richtig. Das ist nicht das Beste, aber du kannst es natürlich machen. Ja, kannst mit Glied werden. Er hat Glied gesagt, was? Ja, tut mir leid. Ich hab das Bild in die falsche Gruppe geschickt. Was hast du getan? Du hast gar nichts getan. Ich hab einen Riesen in eine Gruppe geschickt. Ja, Entschuldigung, da stand Risse. Meine Güte. Kann mal passieren. Soll ich den Stream während wir spielen? Nö. Na, ist ja gut. Wenn, dann würde ich ihn bloß nebenbei laufen lassen, damit Proof ein Zuschauer mehr hat. Juh! Ein Zuschauer. Ein Zuschauer. Bist du auch nie zufrieden, wa? Ne. Ne, bin ich auch nicht. Okay. Wie setzt man eigentlich diese komischen Verteidigungsplattformen von alleine? Oder selber? Du kannst sie nicht von selbst setzen, sondern auf die Sternenbasis. Richtig, die werden um die Sternenbasis gebaut. Das Selbstsetzen gibt's nicht mehr. Was ist alles zufrieden, was ich verzahが? Also ist das, was man ¿kunst? Was arbeitet ja mit ihnen? Dein Kauf инструмент. Uncomplete. Wieder vor. Du hast eine Nachricht bekommen. Nee, ich nicht. Ich habe kein iPhone. Ein anderes Handy hat eine Nachricht bekommen. System Survey complete. Das ist wirklich System. Das willst du sehen? Debris analysiert. Und ab die Post mit dir. Ob mir der Hintern weh tut. Ob mir schlecht ist vom Haribo. Ob Baratou mir noch zuhört. Stimmt. Niemals. Er hat mich gemutet. Was willst du von mir eigentlich? Geld. Ob du Feuer und Flamme bist. Was? Ob du bei der Online-Challenge mitmachst, dich mit Spiritus zu überkippen und anzuzünden. Oh. Wie gibt es? Komisch, als ich diese ganzen Challenges nur in meinem Fernsehen sehe. Aber nie irgendwo online. Ja. Ja. Was passiert? Da wird gerade einer abgeholt. Special Project complete. Das könnte jeder sein. Stream ist vorbei. Das kann ich mir mit dem Sagen. Das kann ich mir mit dem Sagen. Das kann ich mir mit dem Sagen sein. Ich habe irgendeinen KI-Reich gefunden, glaube ich. Ist das eine Feder? Nein, das ist ein komischer Kreis, der aussieht wie Pac-Man. Das ist Sparta. Scheiße, der kann sich noch ausbreiten in eine Richtung. Ich weiß nicht warum, aber ich habe die Feder schon entdeckt. Die ist auf der anderen Seite der Mitte von mir aus gesehen. Okay. Ach, wir sind... ...konstruktion complete. Oh, danke! Mannikator für Stufe 1 Abo. Ob wir noch ein Stufe 1 Abo irgendwo herkriegen heute? Spielt eigentlich wirklich einer mit Controller? Ich hätte einen die ganze Zeit so klacken, als wenn er mit einem Analogstick hin und her smoothed. Das ist meine... ...klein, bisschen zu laute Tastatur. Ach so. Mit Leustick. Mit Full Throttle. Das ist jemand, der mit Controller spielt. Wehe. Oh mein Gott, Wolf hat keine Hose an. Habe ich, glaube ich, gerade gehört von seinem Kollegen. Immer diese Österreicher. Die sind so locker drauf. Ich bin nicht Controller. Wann hast du eigentlich Besuch, Wolf? Musst du nicht zur Schule? Ah nee, du hast ja schon Militärdienst gemacht. Ich muss noch ein Viertel auf Hilfe schon wieder arbeiten. Also kann er jetzt auch so lange... Und hier im Urlaub. Los, noch ein Abo für den Imperator. Du mieser. Sack. Dir kann keiner helfen. Nee. Kleines Arschloch, Alter. Also bitte. Ich bin gerade selbst in den Krieg verwechselt. Also hörst du wohl auf.